Hasst du die Kurve-Cable? Ja, warte kurz. Ähm, ich versuchte, ich versuchte, der brennt, ne? Ich legste die hier rein. Hab sie hier reingelegt. In diesen Tables. Achso, okay, ja, danke. Also, ja. Sehr schön. Dann mach ich schon mal eben, das war einmal so und so, dann machen wir einmal so, 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 so und so, es wird ja eh gespeichert, das ist schon mal ganz gut, und ein Refined Iron. Und schon kaputt, Electronic Circuit. So, wir haben den Electronic Circuit, haben wir schon mal. Ich brauche mal den Rest von dem Refined Iron Iron mit fertig und dann ist gut. Ja, ich brauche auch was, ich will nämlich jetzt schon mal den Macerator anmachen. Und deswegen, ich tue es hier auch rein in den Project Table, ne? für dich. Für dich. So, habe ich ganz nach links getan. Und das gucke ich nochmal eben schnell, nach dem Electronic Shacket. eine Furnace, Entschuldigung, für den Iron Furnace, was brauchen wir dafür? Den einen Ofen und einfach den Ofen, den ich gemacht habe, ich habe schon den Ofen gemacht. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf rüber, okay. Gut, dann muss ich nochmal eben kurz... Ich packe ihn schon mal zum Crafting Table. Ja. So. So. Einmal rauf da. Und schon habe ich den Furnace. Also man sieht, langsam kriege ich auch da alles hin, weil das wird so langsam den Dreh raus. Ja. Das stimmt. Standard nachher kann man dann auf jeden Fall schon gut machen. Und jetzt macht man einfach zwei Redstone da, 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 da. Und schon haben wir einen Electric Furnace. Ich wollte schnell nochmal zwei Redstone. Ja, was sagst du, die haben wir nicht mitgenommen, oder? Doch, habe ich hier. Oh, top. Im Mining Turtle habe ich mitgenommen. Habe ich mitgenommen. Super, super. Das brauche ich nämlich. Und zack, zack, und zack, und zack. Und da ist die Electronic Furnace. Ist fertig. Super. Dann stell die mal hier hin. Glaub ich den so ein bisschen abbau. Rein da? Einfach da rauf stellen. Einfach da rauf stellen. So. Super. Dann kommt nämlich jetzt die Bad Box. Bad Box, Bad Box. Sehr schön. Warte, warte. Aber es ist schon mal alles gut. Also man schafft schon ein bisschen mal fest, ne? So. Jetzt müssen wir natürlich noch... Habe ich noch Kafferkäbel. Ja, aber ich habe auch noch zehn Stück da in den Planung-Dinger. So. Bereit nämlich schon mal hier vor, weil wir nämlich die anderen Geräte haben. Oh, ich wollte mal was nachgucken eben schnell. So. Jetzt muss man nämlich hier oben immer Kohle reinlegen. Und dann... Wie gar nicht wahr. Scheiße. Fuck. Das war Abfuck. Also... Was machen wir noch mal unten? War das ein MFSU? Oh, fuck, ey. Was denn? Ich weiß nicht mal, was man da unten brauchte. Scheiße. Warte. Das ist nicht gut. Das MFSU war der. Das war jetzt natürlich Abfuck. Das war natürlich jetzt richtig Abfuck. Nicht gut. So, okay. Den Stimmisch mache ich jetzt daneben. Uranium. Also... Ich wäre immer noch für... Also Energie irgendwann müssen wir auch irgendwann mal erzeugen. Ganz klar. Ja, wie gesagt. Ich... Ich glaube, das war ein MFSU. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Scheiße. Fuck. Plus so zwei. Ach, zwei. Ist grad Tag. Ich komme auf Tag. Wenn ja, dann gehe ich kurz raus und pflanze da mal das an. Ja, ist klar. Ja, ich kann sagen. Ja, das ist schon. So, Rupertree. Beim Buch eigentlich immer Copper Cable. Deswegen will ich ein bisschen schon mal vorarbeiten. 06. 1 mal. We find Iron. Fuck. So, oh man, man, man. Super, jetzt kann der nicht wechseln, weil der Boom hier im Weg ist. 3, 4, 5, 6. Hast du alles Koppakel aufgebraucht? Nicht alles, ich hab noch in den Planungsding mit reingetan. Ah, okay, super. Super, super. Ich brauch noch, glaub ich, zwei Feuersteine, oder? Nee, das will ich überhaupt nicht. Jetzt wird er. Dann mach ich erstmal das. Loll. So, das ist natürlich jetzt... Nicht so spannend, was ich hier grad mach, aber gut. Muss sein. So, Maschinenblock brauchen wir schon mal. So, das haben wir schon mal. So, dann da einen rein. Dann da einen rein. Maschinenblock da nochmal. Eingerittet, zwei da, sechs da, okay. Zwei da, und sechs. Ein, 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 ein. So, Electric Circuit. So, brauchen wir nochmal zweimal Redstone. So, das schon mal rein. So, ich glaub, jetzt haben wir alles. Jetzt brauch ich nur noch. Oh, oh, Gott, oh Gott. Was machst du gerade? Ich muss drei, äh, Diamanten opfern. Oh, nein. Apropos Diamanten, ich mach ein paar... Ich geh gleich mal wieder in die Höhle. Irgendwann mal. Dank meiner Mining-Türtel. Oh, wie speichert man nochmal, wie heißt nochmal das Geld, was man speichert, ey Scheiße. Wie heißt das, hab ich doch auch klappt bei mir. Oh, wie heißt das nochmal. Das ist ärgerlich. Ja. Weil halt die Badbox speichert das dann. Und dann muss man halt noch ein Gerät machen, mit dem man, dann macht man dann die Kohle rein und dann erzeugt die Energie. Äh. Ich guck mal. Oh, Mann, 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 ey. Das ist natürlich jetzt doof. Okay, meine Features, auch geil. Brauchst nur eine ganze Maschine, ey. Monitor, brauchst. Die sind drinnen, in dem, hier drinnen, ne? Was denn? Wenn du mal Fackeln brauchst, die sind hier vorne gleich drinnen, in dem. Okay. Dann geh ich gleich wieder runter, eben unter Tage. Oh, das ärgert mich, ey. So, ich freue mich, wenn du was nachgucken. Und zwar nach einem... Das ist natürlich echt entspannt, ey. Was ich hier gerade mache. Aber ich muss jetzt gucken, ey, wie hieß. Das Problem ist, ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß, ey. Mhm. Das kann ich halt danach suchen, aber... Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja, das ist halt ein... Da kann man halt dann Kohle reinschmeißen, der zeigt dann Energie. Mhm. Okay. So, auf in die neue Höhle. Sieht vielleicht schon mal ganz gut aus. Ja, so. Oder auch nicht. Ich hab Angst. Nee, nee, nee. Ah! Ich hab Angst. Ah! Oh, die ist ja auch blöd, ne? Och, die Updates hat er gemacht. Oh mein Gott. Deswegen hat er so... Hat er so... So gerucket, denk ich mal. Blöder PC. War es nicht der Generator? Ah, ich glaube, das war ein Generator. Ja, glaub ich auch. Okay. Also mit dem Neu-Spitzhack, den ich jetzt habe hier, mit dieser... ...grünen Saphir-Spitzhacke, da kann man echt viel mit wegbekommen und sehr schnell. Okay. Ich find Iron 3. Okay, wir find Iron 3. Die hab ich noch mal drin. A3, 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 A3. Dann brauchen wir... ...ein Maschinen-Block. Die Iron-Furnace. Noch ein Iron-Furnace, okay. Das ist ja ganz einfach zu craften. Und dann noch... ...ne RA-E-Batterie. Oh Gott. Das macht wieder Spaß. RA-E-Batterie. Das war bestimmt wieder so scheiße zu craften. Äh. Tin viermal. So, Redstone, aber Koffer. Viermal Tin. Das ist doch perfekt. Und ein Koffer-Kill. Warte, okay. Ich muss nochmal wieder zwei mal Redstone holen. Alter, das ist ganz gefefft. Was warst du grad schönes? Ich farme. Das find ich gut. Nur ich hab ein bisschen Angst nach oben zu gehen, weil es doch schon schärfe dunkel ist. Ja, wirst du mich verarschen. Ich hab das so richtig gemacht. Ich hab das Gefühl, vielleicht passiert irgendwas Schlimmes. Alter. Alter. Fledermaus, hau ab hier. Du nervst. Echt so, Schatz? Hä? Ich hab's doch richtig gemacht. Alter, Eisen... Hä? Hab ich doch so gemacht, wie's da ist, ey. Boah, fuck, Alter. So lange war ich immer müde, ne? Also geht's mir gerade, weil ich kaum geschlafen habe. Was denn? Ich hab kaum geschlafen. Ich bin dann langsam ein bisschen müde, aber das ist mir egal. Ich hab... Ich hab, ich war bis zum 4 Uhr wach, ich musste noch eine Folge raushauen von Minecraft. Achso, okay. Deswegen. Und dann bin ich immer mit dabei, weil... ...besser ist es, und... So. Das ist eine geile Höhle hier jetzt schon, ne? Ja, Premium. Premium. Richtig Premium. Das ist gut. Keine Monster. Also, noch keine Monster, brauchen wir so sagen. Aber nur Premium. Ja, ich hab' einen Generator, top. Jetzt muss es auch eigentlich gehen. So, jetzt schließe ich nämlich da unter an. Und... Ja, perfekt. Es geht? Na, Logo. Jawoll. Ich hab' gerade richtig schön viel. Also, ich bin gerade richtig am Farmen hier. Also, ich hab' schon sehr, sehr viel Kohle geholt. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind jetzt in der nächsten Zeit, Alter. Nein. Endlich. Ja. Alter, wie viel Copper ist hier? So. Genau, das speichert alles die Badbox. Badbox, Badbox. Aber auch eine Kohle. Also, du musst, wenn du Kohle findest, bring mit. Ich hab' schon so viel Kohle aufgebaut, was ich schon gefunden habe. Also, ich baue sowieso Kohle ab. Das ist gut. Weil, das brauchen wir auf jeden Fall. Auch Iron, Ember, alles mögliche, was ich... Alles, was ich finde. Und falls du noch zwei Glow, äh, Feuersteine findest, das wär' auch gut. Okay. Da kann ich dich gleich mit dienen. Ich bin nämlich gerade hier in einer richtigen Kies-Welt, kann man sagen, schon. Ja. Und wie gesagt, ich muss halt drei Diamanten opfern. Drei Diamanten. Ich werd' euch immer in Erinnerung halten, Diamant 1 und 2. Und drei, und drei. Ach ja, genau. Alter, was ist das für eine Premium-Höhle hier, Alter? Richtig Premium. Scheiße, ich mach' was. Voll geil Premium, Alter. Alter Premium. Wie viel ich finde, Alter? Weil wir sowieso Eisen brauchen, für Refined Iron, äh, brauch' ich auch so viel Eisen ab, weil Eisen brauchen wir auch en masse. Oh, ja. Nimm alles, was du findest. Ja, mach' ich sowieso. Ich hab' gleich ein paar Fakke mitgenommen, gleich 64-Gern-Stack. Ich hab' Angst. Hab' ich das schonmal gesagt? Ja, einmal. Oh. Ich seh' ich seh' dich da oben. Ja. Ich seh' dich nicht. Du bist in 48 Metern Höhe. Oh, guck's. Höher als ich. Wie gesagt, die Bed-Box speichert halt bis zu 40.000, speichert die. Was sind eigentlich diese Bing-Schnöcke hier drinne? Welche? Hä? Wo bist du? Äh, unter Tage. Das ist nicht gut. Wieso? Weiß ich nicht, also so. Ich wollte dir Angst machen. Ähm, hast du grad geschafft. Okay. Dann ist ja mein Auftrag gut gewesen. Äh, dein Auftrag. Mein Auftrag ist es jetzt hier gleich Angst zu haben. Und rumzuschreien. Äh, ich muss gucken. Kies hast, also du hast Feuersteine schon, oder? Äh, nein, noch nicht, aber ich bin, ich baue gleich da ein bisschen Kies ab. Das wäre nämlich super. Äh, Premium, oh. Auf jeden Fall, Ober-Premium. Was ist das für eine Höhle hier, Alter? Wow. Körper. Warum kommt da Wasser raus? Körper, ole. Körper, ole. Ja. Ich finde nur noch Körper. Aber ich hab hier auch Kies. Da hab ich mich hier noch. Noch nur zwei Feuersteine. Ja. Ich komm wieder sowieso jetzt wieder zurück, weil ich jetzt, äh, fängst. Also einen hab ich schon. Scheiße. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ey. Er hat mich, glaub ich, grad gekickt. Du hast dich gekickt. Nein, äh, ich bin grad voll raus. Achso. Ich sag mal, ich hab ab und zu mal, dass man grad mein kommt raus. Ach, verdammt. Und ich war grad grad noch in der Höhle gewesen. Ja, besser wieder das Morgen. Jo, sehr schön. Äh, so. Ich muss mich ganz schnell wieder alles einloggen. Ich hab nicht keinen Bock wieder, äh, zu warten so lange. Ich war grad so schön weit, ne? Und da passt immer sowas. Passiert. Nicht schön. So. Ich hab zwei Feuersteine. Sogar vier. Ah, das wird dann echt schön in der Zeit, ne? So, jetzt kann ich nämlich jetzt gleich das nächste Gerät anschließen, indem wir uns auch dann, äh, wie gesagt, halt noch bessere Sachen dann schmelzen können. Also, da kannst du auch deine Brubba-Style alles machen. Ja. Oder unsere Brubba-Style alles machen. Okay. Sag, und ein Mace-Rator. Sehr schön. Und ich meld mich grad wieder an. Ich bin grad wieder bei, mich anzumelden. Hopp, wie man jetzt auch alles klappt. Weil ich schon gerne wieder einmal machen möchte. Okay, Mace-Rator auch. Oh, nicht mehr lange, weil ich vielleicht essen möchte lange nochmal, aber ein bisschen noch. Deshalb werde ich jetzt auch zu... Oh, Gott, oh, Gott. So, mal kurz. AFK. Ole, ole. So, jetzt gibt's noch ein schönes Nein, falsch Nein. Ach, komm, mach ja in der PC. Ich glaube, ich komme sowieso jetzt nicht mehr rein. Hä? Glaube ich nicht. Okay. Ich werde aber nochmal kurz... Sonst werde ich sagen, dass wir kurz dann Pause machen. Mhm. Dann, ja, dann mach ich einen Cut und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Kannst ja... Ich lass dir mal das letzte Wort, deshalb sag ich zuerst, tschüss. Schau beim nächsten Mal rein, wie der Vivents heißt. Der Kater und der Bremer Boy zusammen in Minecraft. Let's play together. Jetzt geht's wieder, ne? Jetzt geht's wieder? Ich bin da drinne. Okay. Aber wir können trotzdem Cut machen. Ja, trotzdem Cut machen, ja. Ja, komm erst mal hoch ins Bett. Bett haben wir ja gar nicht. Ja, ich komm erst mal hoch eben schnell, klar. Damit ich wieder gut da bin. Ja. Und auch alle Sachen herbringen kann. Aber endlich geht das so. Also, wir haben stundenlang rumgewerkelt, bis es ging und es ist nicht mehr normal gewesen. Das stimmt, das war echt nicht mehr normal. Äh, jetzt ohne Legs kann ich hier laufen. Ach, du wolltest ja noch ein bisschen wegen Kies, ne? Ne, hab ich schon, hab ich schon. Achso, okay. Das ist schon ein bisschen wichtig. Und die Köder, welche ich noch weiter erforschen, die ist riesengroß und da krieg ich noch richtig viel raus. Da freue ich mich sehr drüber. Danke auch nochmal, Mining Turtle. Ich bin nicht da. Kann ich nur noch um Stunden handeln? Kein Problem. So. Ich glaube, ich bin da. Gut. Dann würde ich auch von mir sagen, bis zum nächsten Mal. Ich mache eine kurze Pause, mache ich dann wohl weiter kurz. Und, ja. Hat mich sehr gefreut. Ich mache gerne weiter. Und, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und noch zum Schluss abonnieren, kommentieren, liken, klar, genau. Weiterschicken. Und uns unterstützen. Wir sind halt ein junges Projekt jetzt aus drei Leuten. Ab uns schon natürlich auch Maxi, aber jetzt das Stammpersonal sind drei Leute. Und ich bin jetzt neu mit dabei gewesen jetzt. Hab noch neu angefangen, vor einer Woche ungefähr. Genau. Und dann sag ich auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.